Oh Gott, was war ich für mein Alter? Dela Penn, Erkenntnisse eines Schlafbildners. Ein Podcast über die großen Träume eines sehr kleinen Menschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Dela und dies ist Dela Penn. Der eine oder andere könnte dieses Format noch kennen. Das gab es irgendwann in den letzten Jahren schon mal. Denn mein Name ist Dela und ich rede im Schlaf. Ich hatte dieses Format eine kurze Zeit eingestellt, habe aber irgendwie über die letzte Zeit wieder vermehrt festgestellt, dass das Zeug, was ich da so im Schlaf quatsche, doch erstaunlich amüsant ist. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich dieses Format wiederbelebe. Es wird aber keinen klassischen Re-Upload geben. Ich werde aber die alten Folgen hier verlinken. Falls ihr die haben wollt, könnt ihr die da runterladen. Und falls nicht, dann nicht. Dann geht es einfach ab Ende des Monats hier wieder los mit den Schlafaufnahmen des August. In diesem Sinne bis dahin. Schlaft gut, eure Dela. Schlaf